Ich freue mich sehr, euch diesen Artikel zeigen zu können. Ich liebe ja Fächerbatterien und hier haben wir mal einen Riesenteil. Hier zum Vergleich meine Hand. Das ist echt riesig, die Adler. Wir haben 25 Schuss, wir haben ein Pulvergewicht von 500 Gramm, 35 Meter Effekthöhe und eine Brenndauer von 25 Sekunden. Echt ein richtig geiles Teil. Hier sieht man schon mal, wie die Bombenrohre ungefähr angeordnet sind. Da bin ich richtig gespannt drauf. Wir sehen uns gleich bei der Zündung. Pyro Art Adler. Ich mache es selber. Weg hier. Okay. Sie wurde falsch herum angezündet. Denn was am Anfang war, sollte eigentlich das Finale werden. Are you listening? Damn. Uh. Yeah. Uh. Yeah.